Wir testen heute... Ah, seht ihr da? Oh. Oh, warte mal. Äh, Mönchshof Hell. Mönchshof Hell. Achja, und übrigens diesen tollen Sticker. Checkt den Shop. Gibt's da nicht. Gibt's da wohl noch T-Shirts. Ahja. Ja, schaut mal in den Shop rein. Sind coole Worden die Bilder. Die Sticker und die Shirts. Ich brauche hier zwar nicht mehr Ruhe hier an unserer Gabelwand. Naja, hier drüber. Oder nicht? Gefällt dir, oder? Ah, gefällt dir bitte. Nee, das ist cool. Ja, wohl. Aber du bist... Das ist jetzt der Beste. So, was ist denn jetzt hier? Mönchshof Hell. Achso, dann kriegst du bitte erstmal. Wie doch. Mönchshof Hell, ey. Tradition, zweite Bierspezialität. Nach dem bayerischen Rätsgebot gebaut. Wollen in der Farbe hoch vergoren. Und durch die feine, zurückhaltende Hoffnung. Besonders mild. Mit mir schmack. Das steht hier zumindest so. Ist das Bruder Uwe? Das ist hier der Bruder Tuck. Achso. Bruder Tuck hier ist Oluf. Mhm. Du hast hier schon dran rumgeknabbert, sehe ich gerade. Ich war zu gierig. Nein, da darf ich bitte jetzt aufreißen. Oluf? Na, na, na. Nicht, dass du gleich hier durch die Nase ziehst hier. Ja, ich möchte auch mal Stuchwack von haben. Ja. Sieht sehr gut aus. Sieht ja wirklich gut aus, hm? Ja. Hm. 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 Das ist ja lecker. Boah. Die nächsten zwölf Punkte. Ja, natürlich mindestens zwölf Punkte. Ja, ja. Über die zwei. Ich glaube nicht, ich kann auch nur einfach nur eine Flasche gekauft hast. Na toll, danke. Das war sehr gut. Du bist so schwer. Ich hab ja eigentlich gedacht, ich hab ja eigentlich gedacht, dass Mönchshof mal irgendwie einen kleinen Fehltritt hinkriegt oder sowas. Ich will es ja nicht hoffen. Ich sag dir, ey, das ist unfassbar. Mit Landbier, mit Original, mit Helle, das ist alles. Riechstum. Das wäre Wahnsinn. Ja. Warum sinnvoll? Wir müssen unbedingt ganz verbrauchen. Ja, also wirklich. Definitiv. Wenn ich mich an, kann ich dir mit mir testen. Ich ziehe nicht mehr raus. Entweder ziehe ich da sofort in der Brucherei ein oder knapp daneben. Ich sag dir. Ja, bin ich so gut. Das ist unglaublich. Schönen Gruß an Herrn Rus. Genau. Den grüße ich auch. Obwohl ich den nicht kenne, aber... Ja, aber die Uhr kannst du schon mal weg den Uhr an. Ich sehe ihn auch nicht. Und sind wir jetzt fertig oder halt? Ja, ey, wir sind fertig. Zeig er mal. Ach so, warte mal. Der Uhr. Warte, ich muss kurz zusammenzählen. 26 Punkte. 23, 24, 25, 26 Punkte. Gold gibt's bei uns von 27 bis 24 Punkten. Ab 28 wird Gladi. Ein hervorragendes Video von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesen hervorragenden Opfen angewüstet. Herzlichen Glückwunsch mal wieder. Herzlichen Glückwunsch. Mönchshof. Ich hab keine Ahnung, wie wir machen da die Mönche. Ich wisse das auch nicht. Ja, die wissen halt, was du das war. Ja, was du das war. Das kann auf jeden Fall nicht so süß sein, wie ich mir auch sein. Also ich teste die Aline. Ihr wisst ja, wie die Kamera funktioniert. Und dann abonniert den Kanal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017